Hallo Leute, heute drehe ich ein Video, also mein zweiter Vlog, ja mein zweiter Vlog, mein erstes, mein zweiter Vlog, mein zweiter Vlog, mein zweiter Vlog, mein zweiter Vlog regiert, meine Freunde Melda, hier hinter der Kamera, und wir, und wir, und wir gehen mit Ziegenquitter, ihr kennt euch jetzt, ähm, unser, unser Ziegebastard, ja, und wir sind verstanden, wir gehen mit dem Bastard, das war der erste, Bananen spielen jetzt, ja, unsere Ziege ist so hellbraun, hier Patricia, für dich, hier zeigt es, guck, 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 nein, du nicht, guck, das ist unsere Ziege, Blue, hier ist Blue, nein, das ist nicht, hier ist Blue, hier diese braune, Das ist unsere Ziege. Wie geht das aus? Das ist das! Was ist das? Boah! Das weiß gar nicht. Was ist das? Oh Mann, was? Das trifft nicht so viel. Was sagt man? Was sagt man? Was sagt man? Weißt du, du musst dann einfach... Ja! Ein Wunschchen. Hier! Ja, wir haben das Futter. Ist das hier mit dem, die ihr auch noch habt? Ja. Oh Mann, das hat eine Lollipop. Aber da hat er ihn schon. Guck, wir müssen es versuchen. Wir gehen jetzt mal ein bisschen schneller. Genau, Mädel. Könnt ihr von hier... Könnt ihr von hier spinkeln? Ich kann das. Guck. Das soll echt ist. Das war's für Video. Wenn euch dieses Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch. Ihr könnt mich kostenlos. Abonnenten und wenn nicht mehr so welche im Blog. Frank, gebt mir einen Daumen hoch und zack. Ich werde auch im nächsten Video sagen, bitte machen wir uns zu Parfüm selber machen. Und tschüss! Danke. 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 Danke.